Hallo, hier Bravo, Deutschlands größte Zeitschrift für junge Leute, die Zeitschrift mit Musik. Entdeckt, dass es mehr als Freundschaft gibt. Entdeckt die Liebe. Jetzt beginnt die Zeit für Flavor. Liebe Musik, Freunde. So wie die kostbaren Schüssel und der blanke Teller erst dann keinen Sinn haben, wenn eine herrliche Mahlzeit auf ihnen angerichtet wird, so wartet auch der Blanke Teller in diesem Schrank darauf, dass eine Kostbarkeit auch schon serviert werde. Allerdings eine Kostbarkeit höchsten künstlerischen Werten. Hip-Hop heißt bei deinen Homies, wir haben nix zu tun. Hip-Hop heißt bei deinen Homies, wir haben nix zu tun. Hip-Hop heißt bei deinen Homies, wir haben nix zu tun. Und zu viel Geld stepp ans Mic und du kriegst Puller in den Kuh. Und Hip-Hop heißt bei deinen Homies, wir haben nix zu tun. Hip-Hop heißt bei deinen Homies, wir haben nix zu tun. Hip-Hop heißt bei deinen Homies, wir haben nix zu tun. Und zu viel Geld stepp ans Mic und auch ich töte deine Kuh. Ey, auch deine Freundin macht auf Rap-Fan. Sieht das Hut, hängt Shirt bei H&M und schreit, geil, alter Batman. Du machst jetzt im Internet auf hart und riesen Fresse, doch ziehst live dein Mikro, wenn es einkommt, ist zu Freestyle-Match. Es ist ja wunderbar. Das herrlichste Klang für dich. Zwollfilms baut den Beat und deutsche Toy-Producer schämen sich und schieben ihre Ruiten. Drums auf Boxen von Annesis, aber sehn ich, das Problem ist nicht Mangel an Equipment, sondern Zeit, die ihr euch nehmt zum Diggen. Wer ist in Sofa, trinkt ein Jazz-Café und ziehen ein Rock-Zipfel. Vince sorgt fürs Kopfnicken, ich sorge fürs Kopfschütteln. Zusammen ergibt es eine Kreisbewegung. Dieser Beat ist so dope, ich könnte da drauf auch ne Scheiß erzählen. Oder das Mic weglegen, doch hab Interesse dran, dass Wack-Acts ist zeitliche Segen. Dein Producer denkt, er sei ein River-Loser mit seinen Dubsip-Sounds und hat von sich selbst einen Blasen, einen Waschbrettbau, Underground-Test-Soy. Du machst leider nicht das gleiche wie der Rest der Masse. Und so findet dich die Masse Scheiße. Ich ess 900 MCs zum Frühstück. Die Winzer schießt nur da, kein 47. Ich bekomme��� 그런 Barsen hier schon, würde ich sagen. Der USB-Mage nicht mehr. Aber ich sorge das, immer was? Das ist寶 Dann hören wir die Piccolos schön noch. Die Sachs, gell? Also bitte noch mal. Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins. Ein Griff nach dem Reinbeziko. Show me your sweet smile. Why? Das reinzieht sogar. Ja, immerhin kommt da jede Woche über 10 Millionen Mark an. Kulturnalien. Randvoll singen, für die sich junge Menschen interessieren. Mode, Autos, Schönheitspflege. Bei dem, was Hip-Hop-Medien zur Zeit von Rap berichten, spür ich Fremdschaft wie bei Bad-Geschichten eines Sex-Touristen. Rap ist bloß noch Entertainment und hat nichts mehr mit Musik zu tun. Rezipienten konsumieren Videos statt wie Null zum Loop. Analoger Käse, digitale Dements. Hobby-Journalisten füttern die Portale der Fans. Destruktiver Dreck wie Propaganda 1933. Lars oder Kollegah weiß nicht, ich find beide feindlich. Das müssen wir mit Haare probieren, gell. Wir werden mal ein bisschen Haare probieren, gell. Und Gott sagte, irren ist menschlich. Als er merkte, er irrte sich im Menschen. Und fragte sich, ob es ein Fehler war, den Menschen zu erschaffen. Oder ob er selbst auch nur ein irrer Mensch ist. Menschen, 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 Menschen. A Menschen. Yo, yo. Please pay attention. Here's a few aims, I'd like to mention. Das ist mir wär's ein schöner Ausblick aus dem Haus des Hässliches. Oder ein schönes Haus mit Ausblick auf ein Hässliches. Mit fünf Jahren war mein Traum mit 18 mal Ferrari zu fahren. Mit 18 Jahren mit 18. Vielleicht war es ein Fehler, meine Rap-Anfänge zu veröffentlichen. Frag mich nicht, ob ich was davon live spiel. Ich möcht es nicht. Rapping für mich eigentlich erst mal mit den wöchentlichen Sessions bei The Bench. Mit Handy und 6 Cents, bevor ich freestylete, schrieb ich etwas. Nahm es auf und merkte erst dabei, dass man Atempausen braucht. Yo, heut geht mir das, war oft immer noch so. Aber mit einem immer weniger schlimmeren Flow. Kritisier mich gern vor alte Tracks und sag, dass ich mal wack war. Der Unterschied zwischen uns ist, ich wurde fresher. Je länger ich dabei war, du warst fresher. Du bist dabei geworden. Mit deinem zweiten Album war für mich Deutsche Welt gestorben. Nimm den Bleistift in die Hand, zeig mal was du siehst. Und ich schreibe dir mit Hitze roh deine Randnotiz. Ein Aufnahmestudio in Hamburg. Die Magnetonmaschine läuft mit. Schallplatten werden schon lange nicht mehr direkt bespielt, aber immer noch aus einem Schellack gemisch hergestellt. Hier wird das auf Magnetofonband aufgenommene Musikstück auf eine Wachsplatte umgespielt. Elektrischen Schwingungen werden durch einen Saphir in die Wachsplatte eingrabiert. Schade, es war ein Fehler im Wachs, zurück in die Wachsküche. Ohne Firlefanz und bunte Mode-Accessoires. Dope Beats, Dope Cuts und das war's. Und zeichne dazu eine Skizze mit dem Bleistift. Macht ne Kuh schlechte Milch, nur weil sie schwarz-weiß ist. Ich weiß nicht, also wozu lila färben? Die Industrie gestaltet WMCs, um sie zu bewerben. Um und druckt für sie riesen Kino-Plakate. Wenn das so ist, schlafe ich nie mehr auf der Isomatte. Deine Beats sind dramatisch wie Musikgebliebeste. Deine Videos, Medienwärts und arrangiert uns. Ein Foto für die glatten Hülle. Ich würde aber sagen, dass wir diese Bluse nehmen und die Hosen dazu. Und denn der Song ist ja sommerlich. Ja ja. Jawohl, ich sehe den Song. Auch das trägt bei zum Verkaufserfolg der Schallplatte. Und wird nach werbepsychologischen Gesichtspunkten sorgfältig gestaltet. Ja ja. Ich war noch niemals bei New Yorker. Ich war noch niemals bei New Yorker. Ey yo, slowy, früher hatte deinen Rap mal viel mehr Tiefgang. Wirklich, vielen Dank. Ey, manche Text hören sich an, als würdest du Freestyle-Cypher. Wenn du willst, kann ich dir ja Mama Steepes schreiben. Während deine Lieblings-MC's seine Liebesbriefen fallen. Zu deinem Stolz beschließen, diese über Beats zu reiben. Dann träum ich davon, sieh mit sieben Teißen grünem Eisen. Zübergießen und den Vitrinen anzuweilen. Some nights I wake up out my sleep plastic. Go get some water for my ass. What? 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 You need aspirin. Sofie Pop comes out. Pain stressin in my brain. Wake up out my sleep plastic. Go get some water for my ass. It's so much pain! Taking all types of medicine. Passion. Go chance, guns a cashin I'm hackin. You need aspirin, ain't short. Ain't short. What? You need aspirin. Bei Wevers beginnt der Tag mit Musik. Hallo Männer, der tollste Hitz. Du bist jetzt ein Star mit einem Video auf MTV. War Kitzpum, ein Semi-Feature, hochfrequente Handy-Speaker. Der Produzent spielt eine MIDI-Violin-Sonato und mix ich ein lecker Backscreen-Lemon mit Club-Mate. Rapper werden schnell zu Business-Soon im Licht der Disco googeln. Und weil ohne X versuche jetzt ein Stück von Kuchen. Früher meintest du für Säppel, Sticks und Schmott. Dann schreibst du Bridges und Tungs für die Bitches in Clubs. Sie ist Oberkörper frei, dein Cover und die Hip-Hop Stasi. Paparazzi feiern darum ne Bukake-Party. Nun gibt's was Neues? Etwas ganz Neues Frau Werner. 1, 2, 1, bitte! Oh, Entschuldigung. Ja, ich hängte nur die Möchlichkeit! Oh Ingrid, ich freu mich riesig, wo können wir uns sehen? Ruhig bleiben bitte! In der Stunde im City-Café ist nicht lang. Wir warten jetzt. Ach ne Schuhfrauen von mir ist schon lange im Hip. Sieht aber jünger aus als du. Ja, du guckst in den Spiegel, schiebst dein Cap leicht nach rechts, bis es sitzt. Auch für jeden anderen zeigt es nach links. Was ich dir damit sagen möchte, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Leben manchmal nicht so einfach. Ja, herzlich willkommen, Slowie und 12-Inz, bei sweet16plus.de. Ja, und wer wollt mal von euch wissen, in welchen richtig krassen deutschen Straßen-Rapper? Ey, yo, in Interviews bekenn' sich Hipster jetzt zuhaften viel. Doch wenn die Schlümpfe laufen, zittert ihr bei Gargamel und Astray. Heult wie Janice Chocolate und hab Gänsehaut bei Jack Johns, wie ich bei mir im... Wir scheißen, weitaus Regeln von euch Internet-Bitches, bleiben dope und warten, bis irgendjemand das mitkriegt. Und alle sitzen vor den Fernsehgeräten, heißt das Echo, holt den roten Teppich aus und beten. Mokan, Hirn aus, noch ein Kuh bei ihrer Brot und Spiele, hier ist deine Junior-Tüte. Und alle sitzen vor den Fernsehgeräten, heißt das Echo, holt den roten Teppich aus und beten. Mokan, Hirn aus, noch ein Kuh bei ihrer Brot und Spiele, hier ist deine Junior-Tüte. Prima, sehr schön so. Und jetzt machst du das gerade nochmal drauf, die Stimme dublieren, nicht? Und zugleich geben wir das Streicher-Playback-Band drauf, mit den Claphands dazu, nicht? Für alle ab 18. Flavor, nicht zu süß, nicht zu her. Flavor schmeckt ab 18. Bundabha. Bundabha. Fer gerne. 할�antis. Vielen Dank.